Boah, du hast die Fremdung bekommen, ich hab' den Schmuckersguard Alter, kann ich die überhaupt für mich die ganze Zeit überfahren? Nein! Ja, ich hab' mich überfahren! Ah, ich bin ein Zentimeter neben vorbei, ich muss mich noch an diese Maus-Steuerung Sammle 5000 gefallen mit Dollar, 1000 hab' ich jetzt! Wie geht denn wieder, Feins? Gib mir die Fischer da oben weg! Hier oder da? Wir sind voll am Objekt-Quest hier im Versaik, ja? Müssen wir das kaputt machen, oder was? Gar nicht hier! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Nö! Ich wollt' aber mal kurz... Ja, fahr mal hier hinten links... äh, da hier, halt mal an! Halt mal an! Dünne Dinger! Na, I'm so Geldgeil! So, nee, ist nicht was ich suche, aber ist schade! Geld, 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 Geld! Aua! Ja! Na! Ha! Ha! Los, töte du dein Fahrzeug! Ha! 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 Wir sind die Gewinner! Ha! Ha 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 ooooh Mann Die Bulli-Moms kannst du auch überfahren Auch nur die kleinen, glaube ich Nein, alle Nur die kriegen halt nicht sofort ins Rentet Da, 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 genau vor uns Ja, warte mal stehen Ja, warte mal stehen Sie Hahahaha Aus dem platzen See, Alter Gut, dass man da nicht durchfahren kann Komm, wir machen ihn durch die Spalten So Na, an der Seite, die Mucke ist Nehmen wir uns Wo willst du denn hin? Im Ziel Ja, wir waren aber gerade doch im Pfeil Ah ah Gack Hast du gesehen, wie ich es überfahren habe Das Krieg Kein Rrrrhrrra łā Nein, hinter uns Ist aber jetzt hier Und flattmatschen Unser Fahrzeug ist gleich im Arsch. Das ist ja geil, das sind die beiden anderen, wo seid ihr? Wenn du die Fischer tot gefahren hast. Und das nicht. Regeneriert sich doch schon. Badass-Bulli-Man. Die anderen Mongos sind schon vorgefahren, weil sie nicht kämpfen können. Ja, wir sind hier nicht vom Spaß-Infighter. Ich meine, wir halten hier die ganze Zeit auf einen Badass-Bulli-Mong. Ah, ist doch gar nichts. Ne. Ne, nur 20 Schuss, nur Raketenwerper plus MG, ja. Kinderspiel. Meins. Meins, meins, meins. Dark, die Sau, der snackt sich echt alles. Boah. Allein schon diese Lache. Die Kapp gesnackt. Ja. Los, Gag. Wo sind die Gag? Ah, du bist gar nicht drin, ne, Farn? Ja, ich bin gerade ausgestiegen, weil ich was rufen wollte, ey. Boah, ich stehe. Ja, halt die Monons-Bär, halt die Monons-Bär. Boah, hinter uns. Boah. Okay, du schaffst das. Ja, mehr als Schuss. Boah. Ja, warte, 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 komm, komm, komm. Aaaaaaah. Es steckt in Schwierigkeiten. Mist, wie es dabei ist, wenn ich gerade gehört. Finde, bin Soldat. Ja, ich schiebe keine Soldaten, du Homos. Mein MG macht keine Schüsse mehr. Dann kommen wir nicht durch, wir sind zu fett. Aha. Also es schießt zwar schon, aber ich höre den Ton nicht mehr. Weil wir cool sind. Hat die denn hin? Und das ist nur, weil wir ganz ökert sind. Wir werden diskriminiert. Das habt ihr auch beide ganz ökert genommen. Ihr kommt auch nicht durch. Ja, er hat verfasst. Ja, fahr mal einfach gerade aus. Ja, Allah. Ja, fahr gerade aus. Wo seid ihr? Genau, da lang. Einfach weiter, einfach weiter. Gib Gas, gib richtig Gas. Wir fliegen einfach über die Schlucht. Oh. Oh, das ist gerade runtergefallen. Sturzflug. Oh, ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr. Ja, oh nix. Rechts, 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 rechts. Achso, das ist ein Nase. Wende, okay. Auf der Map ist es ein bisschen kompliziert, alles zu erkennen. Da sind wir jetzt wieder da, wo wir am Anfang reingefahren sind. Kann ich wahr. Wie auch. Ja, dann geht es eben nicht weiter. So ein Schalt. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, die kann ich auch vergessen. Ich glaube, die kann ich immer den Turbo macht. Nein, wo bin ich jetzt? Was war, hören, was war das? Nein, das war, ich habe eben nur ein paar Tasten ausprobiert. Mit C kann man Plätze tauschen. Irgendwie muss man die Karre da wegbekommen. Weil ich will herausfinden, wie man Turbo einschaltet. Ja, nee, ich glaube, das kann es genau. Oh, hinter uns, Gegner. Ja, Turbo wäre wirklich mal interessant. Ah, mit F. Ja, ich habe es mir auch umgelegt, deswegen muss ich einfach nur mal Controls checken. Wow, ich war ein ganzer Haufen. Komm, wir holen uns hier neu, Karrehan. Ja. Okay. Wir machen jetzt dicker Fernfahrzeug. Da kommen zu viele Fahrzeuge. Links kommen sie. Okay, weg hier. Bitte, da, 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 da. Nee, 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 nee. Oh, da kommt einer angesprungen. Mit F, sagst du? Ja. Mit F? Oh, ja. Ja, Turbo. Wow. Badass-Bullimon. Alles, 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 alles. Oh, die Badass-Typen sind echt hart. Ja, meine auch. Alles, alles. Oh, das Spiel ist echt geil. Also, ich bin nicht wundert, dass meine Platten überhaupt noch was aufnehmen. Boah. Fiss, ich hab hier nur 1,5 Terabyte. Stimmt schon. Die mussten eigentlich schon voll sein. Ich kriege die Karre versichern. Nice, Mo. Ah, Gegner. Wartet mal ganz kurz, ich gucke mal. Oh, von ganzem, von ganzem, von ganzem, von ganzem, von ganzem, von ganzem. Oh, Geld, 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 Geld. Erst, Süd, West, runter. So, Töde-Sie. Wir müssen das schon 300 Gigabyte oder so sein. Also, ich hab bis jetzt 112 Gigabyte aufgenommen. Ja. Ich nehm nur Half-Screen auf, Boggy. Irgendwann... Vergiss das nicht. Irgendwann wird Trapsisch und sagen, ey, do, nix, plattefest mehr. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ey, 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 ey. Wenn die auch den geilen U-Turn machen. Ja. Sehr genau da lang. Ich will aber nicht laufen. Warst du hier schon hören? Nee, ich gucke aber gerade auf der Map. Aber es kann gut sein, dass wir einfach mal laufen müssen. Nein. Aber ich glaube wirklich, man hat recht, hier geht's nicht. Ja, aber laufen ist so langweilig. Nirgendwo durch. Deswegen will ich sagen, wir laufen. Jo, wir haben es wirklich rüber geschafft. Geht so, meine Freunde. Es geht so. Yeeeey. Was war das denn? Wo ist er? Na. Ja, unsere Karre hat sich so verbackt. Kack's hat. Ah. Helft uns. Empfohre uns auch. Weiße Richtung. Oh. Oh, ängste. Ängste. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen weg. Yeeeey. Alter, also. Nein, nein, nein. Wir sind auf Pandora. Also die Fahrzeugs. Wir sind auf Pandora. Fahrzeugphysics könnten sie nochmal überarbeiten. Ja, das ist doch in Ordnung. Ich muss mich nur daran gewöhnen. Nee, finde ich gar nicht. Ja. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass du das für die Maus steuerst. Nee, das meine ich nicht nur. Das Ding bleibt doch an jedem scheiß Ästchen hängen. Scheiß fliegende Viecher. Macht doch nichts, ey. Muss halt auch passen, ey. Scheiß Piepmetze. Eklige Monster Piepmetze. Oh, wie ein Flugfiecher. Ja, ey. Wow. Oh, da drin sind auch noch Gegner. Oh, Monster Piepmetze. Halten, ihr. So, jetzt mit der Frage, wo sind sie rüber. Da vielleicht, oder? Ja, die Gegner, die... Ah, da. Die Gegner, einfach mal, da sind wir bei Fall. Wenn eine Waffe dran ist, so, dann sage ich, es ist egal. Auch wenn wir haben sie rüber geschafft, so, wir kommen. Oh, da sind... Ja, laugeil. Oh, Kiste. Wir machen jetzt ihre Karren kaputt. Ja, 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 ja. Hehehe, vier Jahre, ja, ja. Diese machen wir mal mehr so viel, die Menschen. Dafür müssen echt laufen. Bude Verkehr. Ja, das wird uns gelaufen. So, Sonntagsfahrer. So, warte, warte, warte. Alter. der Ernst die Fahrzeuge er hat er also die Runter er hat aber jetzt im Ernst die Erwachsenen wir haben hier ganz gut Schild drei Viecher wir fahren einfach weg mit Fuß die durch die Landschaft wir sind die größten wenn wir größten sind an die Flüchtlinge der Erlaub die Flüchtlinge ich glaube wir müssen bei der Geld da im Stil ist laufen und da unten können wir ein langer Weg werden du bist der Ja, ah! Gegner! Ja, Futter für die Skeks! Gegner! Kritisch! Ein Moment! BAM! Headshot! BAM! 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 Untotbarer! Ja, bei mir auch CRITICAL! Aua! Oh, dein Dick da oben! Da oben ist ein richtig dicker! Ich schaff das! Woah, fuck! Oh, der hat vielleicht noch 0,5 Leben! Woah, hat der mich erwischt! Wie heißen ihr? Woah, badass Psycho! Alter! Na ja, ich geh einfach mal zurück! Das kann ja nicht sein, ne! Was sie die ganze Zeit sterben, ne! Alter! Ich hab gerade Corporal Rice gerettet! Das war's, wir verrecken hier! Noch nicht ganz! Woah, Alter! Das sind... Ein Bett ist Nomade und ein Bett ist Psycho! Alter! Oh, die stirbt hier nicht weg! Okay, wenn ihr jetzt wieder belebt ist, renn! RENNN! RENNN! Schneller! Ich werde erst einmal pennen! Weg tu mich, wenn ich nicht mehr von dort bin! Ah, der hat einen Schild, der ist für mich auch fast gesehen! Okay! Jetzt geht's auf! Ah, der hat einen Schild? Boah! Boah! Schlatter Viecher! Wie es aussieht, hast du einen Kendienswegpunkt! Manchmal kann dein Ego nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst! Doch du bist in den großen grünen Kreis auf deiner Luft! Boah, das ist zu heftig! Kreis den von hinten an, schnell! Versuch, ihn zu mir gedreht zu halten! Verdammt! Boah! Boah! Nein, nie im Leben zu heftig! Zu heftig am Arsch! Boah, ob ich hier alleine reingehe in die Scam? Alter! Ah, fuu! Wie doch nicht direkt! Scheißbettel! Ich schiefte ihn runter! Ja! Den Psycho! Naja, das dauert zu lang! Ja, ich versuche hier gerade in irgendein Camp einzudringen! Verbrechen! Verbrechen! Bedrohungen! Banego Aufschrechen! Lass es dich zu der Kragen! Ja, ich versuch jetzt zu euch zu kommen, ich schatze schon! Kann mir nicht mal einer helfen? Boah, den Reloading fack da, ey! Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Hörn halt durch, dein Retternaht. Willkommen bei den Crimson Raiden. Ah Mist, wieder angeköffnet. Ich werde... Okay, für heute ist es zu spät. Nee, das wird sauknapp, ey. Oh, ich bin auch tot. Ey, ich komm nicht bis zu dir, der hinten hinten ist, weil ich schon wieder tot bin. Hallo, Hörn. Hörn. Oh, ich hab 2% Leben. Ich komme, ich versuche euch zu retten, will eh nicht klappen, aber egal. Fuck. Oh, wie lange wollen wir ihn heute spielen? Ach, ich bin wieder voll direkt. Ich meine, habt ihr auch noch Lust auf Battlefield oder so? Hörnsohn! Oh, ich sehe, ich sehe, Dark sehe ich von hier. Erstmal ein paar Granaten gekauft. Alter, der scheiß Granate ist echt ein bisschen Hörnsohn. Der Werk wird den Kapitalismus. Down. Empfiehlst deinen Freund, Markus Munizio. Nee, das... sonst wird es nicht so einfach. Man hätte doch hier irgendwie sein Auto mitnehmen können müssen. Das war der Ultra-Snacker, der hier alles schon gesnackt hat. Wahrscheinlich. Wir hatten die blaue Knarre abgestaubt. Hä? Wer war'n das? Ich hier, die? Ja, ja damit. Kannst du denn wenigstens was? 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 Ähm... Ich brauche noch einen SMG, wenn es einer haben will. Ja, ich brauche noch diese kleine Kissen für das bald. Nee, lass mal stecken. Er ist im Gehl im Moment nicht. Das ist halt wie im Kindergarten. Wer zuerst kommt, wird es zuerst. Und wenn's nur Ameisen sind. Alter, Bogi. Naja, ich hasse eh schon alles voll bei mir. Oh, was war das? Ja, schnell, schnell. Bogi, alles wegklauen. Gib's mich. Also, wie gesagt, ich hab' noch ne, äh, Dings. Hab' noch ne SMG, wenn die einer haben will. Ne, eigentlich ziemlich gute. Hat, z.B. wäre ne Pistel mit mehr als 47 Damage. Okay. Ich glaub' ich müsste eine haben. So ne Waffen mit Schaden 11. Ich glaub' die brauchst du nicht, ne? Nee. Boah, ich hab'n Schild mit 189. Bitte. Danke schön. Alter, ich hab' nur 2% hat irgendwer Leben. Ja, wir können auch kurz gehen zu den Automaten. Wir müssen noch ein Auto kaufen. Wir müssen noch ein Auto kaufen. Wir müssen noch ein Sniper an dein Ziel. Und wir müssen noch zu dem anderen Ziel. Den Mutant Davis gehen. Danke schön. Hier unten liegt noch mal... ... hier. Alter, ich bin grad in meinem Menü. Oh, gut. Ich glaub' ich nehm' mal jetzt die Sniper raus. Nimm dafür die... Alter, was ist das denn für ne fette Wummer, Alter? Nein, was mach' ich denn? Immer die Wummer an, die ich hier hab' Ja. So. So. Ich glaub' ich hab' nur diese eine Sniper raus, na? Ich hab' das hier ansonsten alles... ... bullsh**. Wie... ... hm, nice. Guck' mir meine Wummer an. Das stinkt doch, warum schießt du die armen Fässer an. Ja komm her! Komm her! Ich wollte eigentlich Dark töten, weil ich auf der Säure fast gesch- Wollen wir einfach nach Spankchurry gehen? Ähm, können wir noch nicht. Doch. Die sollen das gehen, wir müssen doch erstmal die Fest machen, oder? Ich kämpfe mit der Bumbe.